Hallo, ich sehe ja hinter mir ein Motiv. Halb Baustelle, trotzdem frei zugänglich, kein Verkehr. Ich glaube, ich werde jetzt mal zurück spazieren und mal was ausprobieren. Grundsätzlich gilt, die Straßenverkehrsordnung geht vor. Achte auf dein Wohl. Gerade wenn du fotografierst und mit dem Handy unterwegs bist, achte auch auf deinen Rücken. Gehsteig hier einfach mal rückwärts zu gehen oder so irgendwas blöde. Einfach ein bisschen aufpassen. Aber jetzt geht's mal, wo muss ich hin? Da hin. Bis gleich. Hey, so weiter geht's. Vorher war ich da oben und jetzt hier unten. Und ich möchte dieses bunte W fotografieren und zwar, wenn ich mir so umschaue. Falls es geht, möglichst ohne Hintergrund mit den Blumen am Boden und ohne Rücken. Häuser und Kohl. Und der Himmel ist heute schön. Das möchte ich auch ausnutzen. Mal ausprobieren, ich nehme dich jetzt mit. Tja, nicht immer ist alles möglich und dennoch einen Versuch wert. Ich habe es versucht hier von oben, von unten, von allen Richtungen. Doch immer ist irgendwas drauf. Entweder die Eisenbahnbaggons oder Häuser oder Straßenlaternen oder ein Auto fährt vorbei. Wie auch immer. Okay, ein Grund, aber kein Hindernis. Doch, ich bin auf etwas drauf gekommen. Wenn du hier dieses W ansiehst, dann sieht das so aus. Und wenn du es auf den Kopf stellst und gegen die Sonne und den Rest wegschneidest, das ist ein Herz. Also, auch gelungen. So soll es sein. Spontan und genial. Ciao. Ciao.